Grüezi wohl, buongiorno. Grüezi wohl. Grüezi. Grüezi Herr Vicker. Vicker von Firma Sunrise bei der CPO und es freut mich sehr, dass wir Ihnen das erste 5G-Internet-fähige Devices hier überbringen und das würden wir auch sehr gerne installieren. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, dann machen wir doch das am besten. Es ist ein historischer Tag. Heute haben wir den ersten Geschäftskund von Firma Sunrise Live, der das mobile 5G-basierende Internet nutzt. 5G-basierendes Internet ist der Ersatz für Festnetze oder auch für Fiberkabel. Das ist erst das erste 5G-basierende Produkt von Firma Sunrise, das 5G-basierend ist. Wir werden weitere im Bereich IoT oder auch im mobilen Arbeiter, die weiter auch das mobile Arbeiten im Arbeitsumfeld revolutionieren. Wir sind seit 20 Jahren Sunrise Kunden und freuen uns extrem, die ersten Geschäftskunden in der Schweiz dürfen sein, die das 5G-Netz nutzen und wir können es unseren Kunden weitergeben. – Untertitelung des ZDF, 2020